abhängen leisten und ich konnte ihn so schlecht angreifen ich mach was wie heißt doch die schöne battlefeed-errungenschaft ich fick das naja eigentlich heißt sie ich fick das ach ja weiß das können wir doch lassen oder das sieht doch wunderschön aus oder wir müssen uns echt irgendwas einfallen lassen noch eine zweite tür eventuell boah hey komm ich mache als rampage und mache jetzt hier asphalt massaker da 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 ich kriege erstmal einen headshot wenn ich die tür aufmache ah ah hey ja nix was warum auch immer der enderman mich plötzlich angreift ich habe ihn nicht mal angeguckt es ist schön dass die tür so oft ich kann sie ja schlecht zu machen wieso fällst du die ganze aus der welt warum ist da gerade ein creeper explodiert vielleicht weil der skelettbogenschutz ihn angeschossen hat möglich geh da weg du dummer enderman geh da weg geh da weg geh da weg also die tür hätten wir auf jeden fall schon mal aufgebrochen und 20.000 neue monster ich baue euch jetzt eine tür und einen stein in den weg oh was wollt ihr tun ja die sind richtig schlau die zombies zombies töten like a boss sooo eben noch die fackeln setzen na macht spaß der zombie sooo während der der werte her auch wenn er das gleich nicht mehr weiter machen kann die werden ja bell da draußen auch noch rum was auch immer da bellt reich das ist ne katze ja genau ne katze bellt ähm ich würd aber jetzt auch wirklich mal sagen schluss du das erste ja komm mal auf die uhr es ist doch nicht 30 auf meine uhr schon meiner nicht und das ist was zählt na ist klar ja ich würd dann aber jetzt auch wirklich mal sagen schluss fürs erste wir sehen uns beim schaffst du solche Moment mal den seh das seh ich nicht ein dass du da rumlungerst tschüss du enderman ab ins ende jetzt frag mich nicht wieso der enderman mir nicht viel schaden gemacht hat der war schon halb schoß und außerdem kenn ich die technik wie man irgendwie man die endermans angreifen kann auf die füße gucken ja so ich würde mal jetzt auch mal wirklich sagen komm rein du bist wieder durch die tür geglitscht geil du meinst du sollst uns mal verabschieden in unserem wunderbar eingerichteten Schlafzimmer das das ja der Haus der ich sag mal wir sehen uns beim nächsten mal wenn es wieder heißt let's play skyblock version 2.1 ja englisch mit deutsch zusammen gewischt 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 genau dein name ist im Stein du hast jetzt bei mir 8steve 8steve wir sehen uns ja du hast jetzt zins 1 das sind aber hohe zinsen mit mir mit dem steve lp oh man verabschiedest du dich mal ja ja immer mit der Ruhe gut gehen wir weiter ab und mir Mr. Millions ins LP ja wie gesagt ja mal schauen ob bei den nächsten Aufnahmen es einiges besser um einiges besser wird mal schauen bis dann tschau sagst du auch noch bitte tschau tschüss warum auch immer deine Fackel st- hallo herz hilflich willkommen zurück hierbei skyblock äh sollen wir den Schnee lassen oder soll ich ihn ausschalten lass ihn ran lass ihn ran ja das heißt ich muss hier kurz was umbauen weil er hier weil das Wasser hier auch grad wieder rum buggit äh warum bau mach den ab das Wasser buggit seit äh äh das Wasser buggit seit seit wir auf diese neue Form des Servers gewechselt sind rum solltest sagen fakt nicht buggit ooo du klugscheißer naja wie gesagt willkommen zurück bei skyblock mit mir und dem LDR natürlich oder auch Mr. Millions LP ah wie auch immer oder Uberskiller oder Pro oder ich kann alles man ich würde gern mal das Dach in unserem Haus machen also schaff mir mal Steine ran ey ja ich bin dabei ich musste grad nur Matmos leiser stellen deswegen ich hab keinen Matmos ich schon ich hatte ja mal ich hatte ja mal den 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 Shader Mod drauf ne der die hatten mir ich hab jetzt ja gerade Frames von 90 was eventuell durch das ich weiß der hat die kaputt gemacht ganz schön ne ey Errungenschaft freigeschaltet 3 mal auf Holz gekloppt der hat mir der hat meine Frames so runtersausen lassen dass ich nur noch Frames grundsätzlich von 30 hatte muss ich jetzt mein Mitleid bekunden ach wie auch immer ich bau dabei mal die Bäume ab hier so wie das letzte Mal geht es am meisten dazu Steine abzufarmen und zu bauen yay verdammt ich wollte ihm extra Themen zurecht legen hast du das nicht boah Lara kannst du mal aufhören die ganze Zeit jeden Stein hier abzuflemseln äh zu verbrennen oh alter hörst du jetzt mal auf mich zu verbessern im Übring äh ich hab mir mal die Challenges angeguckt du warst mit den Jack or Latins schon nah dran wir müssen nämlich auch Jack or Latins machen ich bin gut steht ja nicht dran dass man es in der Reihenfolge machen muss ja aber ich würde das erst später machen wenn wir genug Kürbisse haben wir haben doch schon eine Jack or Latins eine ja aber soweit ich äh warte mal Dokumente Skyblock Challenges wir müssen Jack wo haben wir sie denn er kann sich und muss mit einem Steinschaffel machen und um die Schneewelle fahren äh zehn Jack or Latins müssen wir machen das ist doch toll das ist wohl mit dem Scheiß vielleicht sind wir heute mal mächtig Holzkohle herzustellen ja das wär mal ne Idee ich hab grad noch Holz abgebaut ne ja das ist gut ja ich kann von hier hinten die Kiste öffnen ich bin gut drauf setz ja was kann ich denn dazu wenn dieses verschissene Wasser einfriert dafür das wird doch schön heute Wenn du mich jetzt noch weiterhin verbesserst, beenden wir die Aufnahme, du. Musst du mich dann bestrafen. Ja, aber so einfach, weißt du. Ich zeig dir mal, was die für Knüster hat. Übrigens, so wie ich in den Kommentaren gelesen habe, auch angeblich das Einfrieren des Wassers abzublocken, soll da drüber ein Stone-Slap oder so drüber, dann würde das angeblich nicht mehr tun. Dann gib mal her, dann slappe ich mal eine Runde. Ich weiß noch nicht, ob das auch wirklich stimmt. Ist mir doch egal, ich will slappen, gib her. Ja, wir müssen sowieso Slaps machen, deswegen. Sehr schön. Und zwar, was sagte die Challenge? 30 Stone-Slaps. Ja, Mist, ich wollte gerade Steindruckplatten machen, aber das geht ja gar nicht. Nee, dafür müssten wir... Ha! Okay. War das richtig? Das war jetzt ein... Das ist nicht der Wasserressourcenblock, der ist daneben. Oh, jetzt sieht es schöner aus. Na gut. Ich hoffe, derjenige hatte recht gehabt. Sonst! Sonst achten wir auf keine Kommentare mehr, weißt du? Schön, äh, ich werde mal den Pumpkin hier abbauen, also weh, du machst ihn kaputt. Boah, Lava! Gefällt dir jeder Stein, den ich hier eigentlich abbaue? Hm, natürlich. Was hast du nur gedacht? Drei Kürbisse, also vier Kürbisse haben wir in dem Fall schon mal. Gammelfleisch, eine Steinhacke. Äh, wenn du mir jetzt nur sagst, wie man... Äh, Holzkohle herstellt. Zeige ich dir. Sag's mir, nicht zeigen. Wollen wir... Hatten wir keinen... Keinen Ofen? Doch, klar hatten wir den. Aber egal, bevor ich, ähm... Was hat mich hier... Wo kommst du bitte her? Äh... The fuck? Was hat das Skelett da gemacht? Steve? Was? Hast du etwa ein Monster heimlich nach Hause ge... Hast du etwa, hast du etwa wieder die dreckigen Teller in die Spiegel gestellt? Stell du nicht die Spüle angemacht, so dass extra was drin ist, was da angefangen hat, alles drin zu leben? Ja, weißt du? Oh, mal dieses Stief. Ja, was auch immer. Und meine Spitzacke ist kaputt. Haben wir noch welche? Hm, wir haben keine... Oh, ich hab mir die Sticks nur genommen, damit du sie nicht kriegst. Ich wollte irgendwas herstellen. Ich... Gib mir mal ein bisschen Kappe. Ja, komm, steinige mich. Ich sollte steinigen? Ja, wir haben keine Spitzacke. Ah... Erstmal ein Schwert und eine Spitzacke her. So, Steinschwert, Steinspitzacke... Und noch eine Steinschaufel. Davon sogar zwei Stück. Warum... Warum denn so vielleicht... Scheiß Lava! Fast hier... Fast... Fast jeder Stein fliegt in diese verkackte Lava da rein, weißt du? Aber nicht die Schuld der Lava. Die wurde doch so erschaffen. Oh, wir haben einen Kürbis bekommen. Oh, Kürbis! Sehr schön. Ab in die Kiste damit. Äh, jetzt erstmal... Erstmal hier noch ein bisschen zubauen. Das Dach für unser trautes Heim. Bisschen Sand wär ja toll. Äh, daraus sollen wir Glas machen. Und der Witz ist sogar Glas... Äh, Glasscheiben. Was sollen wir daraus machen? Ich werde jetzt gerade mal ein bisschen Schnee abbauen, einfach weil mir krank langweilig ist. So, hier, nein. Langweilig ist mir natürlich nicht in dem Sinne. Lalalalalala. Lalalalalala. Bald kommt der Weihnachtsbaum. Ja, es schneit ja schon, ne? Also passt das ja. Wird er sich gegen die Spine verteidigen? Oh, uh, 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 wie er sie pornt. Boah, ich bin so ein Könner. Ja, wir müssen die Stelle dahinten sowieso mal irgendwann wieder reparieren. Stimmt, hier war ja, als der Bombein-Creeper dich unbedingt sprengen müsste. Ja, immer ich. Weil du ihn auch unbedingt zu mir locken musstest. Ja, genau. Äh, so. Wow, in unserem Haus liegt Schnee. Was glaubst du, warum ich das gerade zu Anfang mit... Aua. Aufs Maul, du Dreckskelett. Ich verpiss mich mal, wie du schleunigst. Was für ein Schmerzhaftenten. Mit so einem Creeper, der da kommt. So einem Creeper? Ich bringe dir übrigens ein Skelett mit, gerade mal so als Haustier. Ja, wir haben ein Haustier. Sag mal, wie aggressiv ist das Ding denn? Das verfolgt das doch nicht alles hierher, ey. Aha. Falle. Warst du auch gerade Schnee ab? Ja, aus unserem Haus. Ja, kannst du auch liegen lassen. Ich mach das ja gleich. Schneeräumdienst ist schon unterwegs. So. Ach. Eine Stonendecke. Dann werde ich jetzt gerade mal hier einen Sand brutzeln lassen.